Bald ist schon der 1. Juni und ich möchte dich einladen zu meiner kostenlosen 30-Tage-Veränderungs-Challenge. Denn wenn du etwas verändern willst, und ich werde dich müde, das genau so zu sagen, musst du etwas anderes tun, damit am Ende ein anderes Ergebnis rauskommt. Und weil das zusammen immer einfacher ist als alleine, lade ich dich ein in meine Facebook-Gruppe Dein Weg zurück in Richtung Gesundheit. Und genau das mit allen über 1600 Leuten, knapp 1-7 sind wir jetzt, glaube ich, das zu tun. Es ist dabei völlig wurscht, was du ändern willst, ob du dich gesünder ernähren willst, ob du eine Bewegungsroutine in deinen Alltag bringen willst, ob du einfach mehr lesen willst, dich mehr um dich kümmern willst, deine Selbstliebepflanze wachsen lassen möchtest, ob du für deine Beziehung etwas tun willst oder, 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 oder. Es ist völlig schnurz. Wenn du etwas mindestens 30 Tage jeden Tag neu tust, hat sich eine neue Routine etabliert. Und genau das machen wir ab Samstag, 1. Juni. Und genau, das ist die herzliche Einladung dazu. Komm einfach in meine Gruppe, da geht's los. Und dann profitiere von der großen Magie, die den Juni über passiert. Ich freue mich auf dich und pack dir hier um dieses Video auch den Link zu meiner Facebook-Gruppe rein. Bis dann, hab einen wunderschönen Donnerstag. Genau. Genau.